Hallo bei Beamer4U, jetzt möchte ich euch gerne mal erläutern, warum ich von dem neuen Sony 260ES so wirklich angetan bin. Der Beamer hat echtes 4K, er kostet unter 5000 Euro, er kann High Dynamic Range und er macht es auch wirklich gut. Er hat einen Top-Schwarzwert, einen Top-Kontrast, ich kann mein Bild einstellen vom Sofa aus mit einer Fernbedienung und er hat auch eine sehr gute Schärfe. All das, finde ich, macht den Sony zu einem wirklich sehr, sehr guten Beamer. Ich bin auch immer so ein bisschen geflasht, muss ich sagen, wenn ich jetzt eine Zeit lang zum Beispiel einen anderen guten Beamer gesehen habe oder auch zwei, drei Modelle, zum Beispiel einen Sony HW65 oder auch einen Epson 9300. Wenn man dann so das Bild so im Kopf gewohnt ist und man schaltet dann mal wieder so einen Sony Beamer ein, also einen Sony 260 zum Beispiel oder einen 550er, dann merkt man einfach, das ist einfach nochmal eine andere Kategorie. Wenn man jetzt das irgendwie erklären wollte, dann finde ich, dann wird das schwierig, also ich habe da meine Mühe damit. Klar kann man sagen, hier ist der Kontrastwert etwas besser oder hier ist der Schwarzwert nochmal besser wie bei dem anderen Beamer. Aber so richtig greifbar, finde ich, ist es nicht, aber man sieht es einfach. Und dazu kann ich euch nur raten, eigentlich mal die Beamer im Vergleich sich anzuschauen. Dann werdet ihr auch selber sehen, dass der neue 260er wirklich ein Top-Beamer ist. Warum rate ich gerade zum Sony 260? Es gibt da jetzt auch den 360er, jetzt mal abgesehen von dem Laserbeamer für 15.000 Euro von dem 67er. Der 260er, finde ich, hat einfach, man kann sagen, die beste Preisleistung. Er ist 2.000 Euro günstiger als der 360er und der Unterschied zwischen beiden Beamern ist eigentlich nur der, dass der 360er noch diese Irisblende mit an Bord hat. Das bedeutet, in wirklich dunklen Szenen, also wenn man sich so eine Star-Wars-Szene vorstellt mit dunklem Weltall und ein paar kleinen funkelnden Sternen, dann macht hier die Iris zu und es kommt weniger Licht auf die Leinwand und dadurch steigt dann der Kontrast und das Bild sieht dann nochmal etwas plastischer aus. Der nächste Punkt, wo sich die beiden Beamer unterscheiden, ist, dass dann der 360er auch noch eine Bild-Memory-Funktion mit an Bord hat. Das heißt, man kann also sein Bild genau abspeichern und auf Knopfdruck fährt er dann das Bild oder richtet er dann das Bild genau auf die Leinwand aus, so wie man das abgespeichert hat. Das ist alles schön und gut, ist klasse, aber wenn man jetzt sich überlegt, kostet eben 2.000 Euro mehr, dann finde ich, von der Preis-Leistung ist eben der 260er das interessantere Gerät, weil er hat einfach all das mit an Bord, um eben ein Top-Bild auf die Leinwand zu bringen. Und wenn ihr euch das mal live anschaut, wenn ihr wollt, kommt gerne hierher, schaut es euch an, dann werdet ihr das bestimmt auch bestätigen können und wollen. So, jetzt wollen wir uns einen kleinen Vergleich anschauen und zwar hier mit dieser Spitze von diesem Hochhaus, mit dieser Skyline-Szene, achtet doch einmal gerade hier in diesem oberen Bereich auf diese Stockwerke. Immer wenn es gut aussieht, ist es der Sony 260, wenn es nicht ganz so gut ist, dann so wie jetzt, dann ist es ein anderer guter Beamer in der 3.000 Euro Klasse, aber der es nicht ganz so gut schafft wie der Sony 260 ES. So, dann achten wir jetzt bitte mal hier auf diesen, diesen Bereich, wenn ich jetzt hier gleich umschalte auf den anderen Beamer, wie dann hier das Bild sich verändert. Wie gesagt, es ist natürlich so auch schlecht darzustellen, aber ich will auch ein bisschen etwas zeigen, wie so der Unterschied ist und vielleicht sieht man es ja doch bei euch zu Hause auf dem Monitor. Das ist jetzt ein anderer sehr guter Beamer, kann man natürlich auch nicht meckern bei dem Bild, ohne Frage. Aber hier sieht doch das Ganze im Unterschied deutlich differenzierter aus und macht einen ganz anderen Bildeindruck. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar kleine Eindrücke wenigstens vermitteln von dem Sony 260 ES. Für mich ist der Beamer wirklich das Highlight im Jahr 2017 oder in der Saison 2017, 2018. Echtes 4K für unter 5.000 Euro. Insgesamt macht er auch wirklich ein fantastisches Bild. Für mich ist es eigentlich der beste Beamer bis zu dieser Preisklasse, muss man ganz klar sagen. Man kann natürlich in so einem Video das nicht immer richtig zeigen, weil das ist die Aufnahmesituation eben. Dann kommt es in die Videokamera rein, dann wird es hochgeladen, dann seht ihr das bei euch auf eurem Monitor. Man kann das dann nicht wirklich so ganz real natürlich zeigen. Deswegen setzt euch in euer Auto, kommt her, schaut euch das Ganze an im Vergleich mit verschiedenen anderen Beamern. Die haben wir entsprechend da und dann könnt ihr ruhig und entspannt hier euren besten Beamer fürs Geld entsprechend raussuchen. Wir haben auch verschiedene Leinwände da. In dem Hintergrund seht ihr hier die Stuart, Studio Tech 130. Dann haben wir die Spaluto Grand Cinema da. Wir haben die Kauber mit weißem Tuch da. Die Red Label haben wir da mit dem Peak Contrast S-Tuch. Dann haben wir noch die Elite Screen Seeker 5D. Wir haben die Elite Screen mit 3D Tuch da. Im oberen Bereich haben wir die React 3.0 von Draper und auch die Stuart Firehawk G4. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Aber ihr seht wirklich eine große Anzahl von Leinwänden, sodass man hier auch so das perfekte Bildergebnis für sich zu Hause hier herausschöpfen kann. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Mir hat es Freude gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis bald. Dann sieht man sich wieder. Tschüss.